Und Film läuft. Guten Morgen. Heute möchte ich kurz eine Funktion der Wire-App vorstellen. Es gibt ja ganz viele Tutorials, ich muss nicht alles erklären. Aber mit einer der häufigsten Fehler, auch einer mit dem ich sehr lange zu tun hatte, war die Frage, warum kriege ich keine Nachrichten? Die kam dann, wenn man die App gestartet hat, kamen sie auf einmal alle rein. Ihr seht schon bei mir oben im Bild, ganz links oben, da ist die Kamera, klar, da ist ein Wecker eingestellt und dann kommt da so eine Wolke mit dem Wire-Wee drin. Die brauchen wir. Das heißt nämlich, Wire ist jetzt gerade verbunden, auch wenn es gerade nicht läuft. Wir müssen die App öffnen und dann gehen wir auf unser Konto, Profil und hier unten auf Einstellungen. Und dort gehen wir auf Erweitert. Und hier ist jetzt der wichtige Punkt, Verbindung zum Server aufrechterhalten. Wenn der aus ist, dann funkt Wire nicht, ohne dass ich es starte. Das ist natürlich eine sinnvolle Funktion, gerade für einen Messenger, der Wert auf Privatsphäre legt und so weiter. Wenn ich jetzt gerade aber ganz normal unterwegs bin und werde nicht von Spionen verfolgt und muss nicht auf meinen Datenstream achten und gar nichts, dann sollte dieses Menü aber aktiviert sein, dass das passiert. Und ja, dann können wir wieder rausgehen und können ganz normal weiter unsere App nutzen, erhalten Nachrichten und so weiter. So, das war's. Alles andere verweise ich auf die vielen tollen Tutorials da draußen. Ich gucke mal, wenn ich das hier nicht für Kinder markiere, dann müsste ich sogar eins verlinken können.